Was ist das für eine Tüte Klaus? Fischbrötchen. Lieber meine 5D nach Fischbrötchen riechen als ertränken. Weil es draußen so ein bisschen regnet. Ein bisschen geschüttelt. Schon hat der Mann Angst in seine Kamera. Ich glaub's ja nicht. So dann raus mit dir. Ja das ist das was ihr eben gesehen habt. Das kleine bisschen Regen. Davor hatte der Klaus jetzt so viel Angst, dass er seine Canon 5D in die Fischbrötchen Plastiktüte packen musste. Ja weil sie nicht abgedichtet ist. Das tut mir sehr leid für ihn. Aber mein iPhone hält das ja hier auch locker aus. Und meine OMD habe ich hier über der Schulter umhängen. Ich gehe jetzt einfach mal ganz gemütlich zum Restaurant. Es regnet halt ein bisschen. So ist das in Norddeutschland. Damit muss man klarkommen. So einfach. Ciao, ciao.